Jawoll Jungs Jo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, ne Quatsch, zur ersten Folge HG, ihr seht es vielleicht schon, ihr erkennt es vielleicht Ja, ich spiele HG Schon an die Vorstellung ist irrsinnig Ich habe gerade eben schon eine Runde gespielt, tatsächlich Einfach so Just for Fun Das war meine dritte Runde am Leben vielleicht oder sowas Und ich einfach wie Finale mit drei Kills Okay, einer war AFK Also zwei erkämpfte Kills quasi Aber Jungs, das ist dope, das hätte ich niemals erwartet halt Und es hat mich jetzt dazu motiviert dann aufzunehmen Und genau das mache ich jetzt und schau mal Dass ich vielleicht einen ganz lustigen Loose-Zusammenschnitt daraus mache Ihr werdet es ja sehen Das ist schon einmal Einen ist jetzt so risk Oh Gott, macht er viel damage Holy Shit So was habe ich erwartet ungefähr Oh, moin Ja moin, entspanntes 2b1 oder was Ja, okay Als ob die jetzt echt 2b1, diese kleinen Hu-Ei Ja, ein 3b1 noch Ist ja mega lecker Also Jungs, das ist echt asozial Das ist echt asozial Also Team ist ja erlaubt Aber 1-3b1 Ja moin, Alter Noch schwert gedroppt Oh ja Kommt ihr nicht hoch? Jawoll, Alter Ich schau erstmal ab Aua Fuck, der ist Ninja oder was? Ja, komm Was willst du machen? Was willst du machen? Richtige Ehrenmänner So Leute, wir haben zwar fast keine Suppen Aber vielleicht hat der Typ ja noch weniger Wir schauen aber mal und hoffen So Das ist ein Dorf Lol Das ist nichts mehr drin Schade Da kann ja sowas wie ein Eisenschädel oder sowas drin sein Das ist maximal krass So, hier ist jetzt mein Kitbox So, ganz cool Weil ich bekomme kein Crit Damage Das heißt, ich bekomme ganz normalen Damage die ganze Zeit Und er bekommt halt dadurch deutlich mehr Damage als ich Ja moin Haben wir auch entspannt Och nee, ganz kurz, ganz kurz Digi, Digi, lass mich mal Nein, nee, 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 nee So schon mal nicht Ach du Schande, macht er viel Damage Warum machen die Dudes so krass viel Damage? Nein, Junge Lass mich doch mal in Ruhe Warum ist mein Inventar eigentlich so scheiße sortiert? Komm Damit rechnet er nicht Ja Ja Er ralt es nicht so ganz Ja, ja Sieht gut aus Hi Er struggled ein bisschen, glaube ich Jawoll, Jungs Okay, ich bin wieder draußen Ich brauche dringend Pilze Also wirklich dringend Da ist jemand Da gehe ich dann mal weg Und wo wir Pilze Ich spiele es auf den Sieg, Jungs Ja, hier sind sie zu dritt Moin Er hat ein DIA-Schwert Und die Team Alter Nee, 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 Digi Nee Ein DIA-Schwert Ja, das ist ja richtig fair Mal wieder, ne Nee, Alter